Kommen wir jetzt noch zur EU. Da hat ja heute die FPÖ bekannt gegeben, das was man schon geplant hat, eine neue Fraktion. Die Fidesz-Partei ist damit von der Partie, die Lega Nord, eben die FPÖ-Patrioten für Europa. Das Bemerkenswerte daran ist, es wird dann die drittstärkste Fraktion im EU-Parlament. Warum ist man jetzt weg von dieser Identitätsfraktion und gründet die eigene? Die Identität und Freiheit ist voll in der neuen Fraktion Patrioten für Europa aufgegangen. Plus Fidesz, plus Tschechien, Barbies, plus viele andere, die nun dazugekommen sind. Das, was Harald Willimskind empfällt, der aus meiner Sicht wirklich der Architekt dieser Fraktion ist, die letzten Jahre gelungen ist, durch stille Diplomatie, durch Loyalität, durch Disziplin, durch Freundschaft in andere Länder, hat sich jetzt in Wahrheit verwirklicht. Die gemeinsame Fraktion von Le Pen über Orban bis zu Kickl. Und was bemerkenswert ist, es ist die drittstärkste Fraktion. Die Grünen sind auf Platz 4, beziehungsweise die Liberalen auf Platz 4 und Platz 5 verwiesen worden. Das heißt, das ist der erste große Einigungsprozess konservativer Rechterparteien auf europäischer Ebene, neben der Europäischen Volkspartei. Und 86 Abgeordneten stellt diese Kraft. Und das gibt natürlich Worten wie denen des Viktor Orban oder denen des Herbert Kickl europapolitisch ein ganz anderes Gewicht. Also wenn du nicht der Vertreter der zehnstärksten Fraktion bist, sondern der drittstärksten Fraktion, dann hast du im Europäischen Parlament ganz andere Möglichkeiten. Und in Wahrheit ist das, diese Allianz, die am Sonntag vor zwei Wochen hier in Wien begründet worden ist, zwischen Kickl und Orban zu verdanken, dass das wirklich so funktioniert hat. Ja, warum ist die AfD nicht dabei? Das muss sich die AfD selbst fragen. Also das ist eine Sache, die durchwegs ihren Endspitzenkandidaten, Herrn Krah, betrifft, der die letzten fünf Jahre aus der Fraktion Identität und Demokratie zweimal suspendiert worden ist, zweimal ausgeschlossen worden ist, sich sehr unfair und illoyal gegenüber Le Pen verhalten hat, aber auch Orban verhalten hat. Er hat versucht, den in Ungarn zu deklarierten Gegnern von Viktor Orban eine Allianz zu schmieden. Das hat ihm die Fides nicht verziehen. Le Pen hat ihm nicht verziehen, dass er für Eric Semur eine Wahlempfehlung abgegeben hat und er hat auch in Österreich keine unbedingt großartige Rolle gespielt. Im Übrigen auch in Italien nicht, wo er ein Interview mitten im Wollkampf gegeben hat, der La Repubblica, wo er dann über die Waffen-SS schwadroniert hat. Also er ist eine sehr konfliktbehaftete Person und ich vermute, solange es diese Person gibt, wird die AfD auch in diesem Chor leider, ich betone leider, weil ich bin der Meinung, die AfD gehört dazu, keine Rolle spielen, aber wer weiß, vielleicht klärt das die AfD in ihrem Innenverhältnis. Meine lieben Freunde, ich bin überglücklich. Herzlichen Dank für eure Treue, für eure Loyalität und für euer Rekordinteresse an meinem neuen Bestsellerbuch, der perfekte Untertagen. Wie ihr wisst, am 11. Juli kommt die zweite Druckauflage in den Handel. Die Druckerei hat ihr Bestes gegeben. Auch die zweite Druckauflage ist größtenteils vergriffen. Daher hat der Verlag mir heute mitgeteilt, dass die dritte Druckauflage in Bestellung gegangen ist, die dann rund um den 20. Juli in den Handel gelangt. Also, das Bestsellerbuch, der perfekte Untertan, wie wir nicht zu Schlafschafen verkommen, wie wir aufgeklärt und kritisch bleiben, kommt am 11. Juli wieder in den Handel. Vorbestellungen am besten jetzt sofort, weil, ja, es ist heiß begehrt, dieses Buch. Das freut mich umso mehr. In diesem Sinne alles Gute, euer Gerald Groß. Das ist der Hit des Jahres. Holen Sie sich Ihre eigene Solaranlage aufs Dach. OE24 Solar bringt Ihnen Ihre eigene Solaranlage. Das eigene Kraftwerk am Dach. Ab sofort ist Ihr Strom gratis. OE24 Solar bietet alles. Die eigene Solaranlage. Den Speicher für die Nacht. Die perfekte Montage durch Profis. Die beste Finanzierung. Ab nur 149 Euro pro Monat mit 1799 Euro Anzahl. Gleich bestellen unter www.oi24solar.at